Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Es ist schon wieder Nacht. Ich habe den Tag nicht mit euch verbracht. Nein, klingt irgendwie auch verkehrt. Also ja doch, irgendwie schon. Also der SV war fleißig, ja. Der arbeitet hier daran, dass es endlich nicht mehr reinregnet. Und sieht schon echt hübsch aus. Und ich, ja, habe meine Freundin begrüßt. Muss ja auch sein, ne. Gar klar, gar keine Frage. Und ja, was werden wir heute anstellen, SB, nachdem die Nacht irgendwann vorbei ist? Ja, ich werde jetzt erstmal das Dach weiter fertigstellen. Ja. Du könntest mal, wenn es Tag wird, rüber in den Fichtenwald gehen und noch mehr Fichtenholz holen. Fichtenholz. Okay. Ja, das sind diese Bäume, die aussehen wie Tannenbäume, wie Nadelbäume. Hm, hm, hm. Alles klar, mache ich dann. Ähm, ja. Ansonsten. Wollen wir mal gucken, dass wir von hier drinnen einen Weg nach unten dann machen. Ja, Creeper. Später. Kann der Creeper mich eigentlich durch Fenster sehen? Na, er kann nicht sehen, aber er reagiert dann nicht, sag ich mal. Ach so, okay. Also ihm ist es praktisch egal, wenn ich am Fenster stehe. Er explodiert dann nicht einfach so rum. Ja. Deine selbst. Genau. So, das heißt, ähm, wo ist denn jetzt unser... Wo ist denn jetzt unser Eisen hin? Unser Eisen woanders? Ah, ja, alles klar. Eisen ist jetzt hier gelandet. So, dann brauchen wir einmal das, 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 das. Das, 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 das. So, nur das. Gut, das heißt also, ich werde jetzt erstmal nicht wieder hier aufforsten, äh, also auf, äh, sanden, oder was auch immer das, wie man es nennen kann. Wir haben da die große Fichte dort gesetzt. Gepflanzt auf der Insel, die kannst du abholzen, das ist auch Fichtenholz, da können die erstmal wieder rausfliegen. Die soll ich kaputt machen? Die kannst du kaputt machen, ja. Okay. Hat mir so schön gefallen. So, der eine Creeper kommt mit. Ich mach's auch richtig, SP, versprochen. Oh, hier ist noch einer. Na dann. Ich hör's eh gleich, bumsen, äh, ich hör's eh gleich, explodieren. Oh, äh, Enderman. Gesundheit. Danke. Na, aber ich hab ihn hier unten explodieren lassen. Das ist gut, ja. Ich hab ihn gesehen. Aber er mich noch nicht. Was soll ich machen? Warte mal, was hast du gesagt? Drei hoch. Du kannst dich auch ins Wasser begeben, aber dann greift er dich gar nicht an. Du kannst dich drei hochbauen, das geht auch, ja. Ist egal mit welchem Material? Ja. Okay, Sand ist nicht gut. Oder er ist schon wieder weg. Er kann auch weg sein. Er ist schon wieder weg, ja. Dann relativ zügig er wurde. Habe ich mich umsonst so erschreckt? Ja, mit Sicherheit. Jo, dann fähren wir mal hier unseren schönen Baum. So. Ja, und ich mach hier einfach das Dach weiter. Und fuck, jetzt war ich selber auf die Scheiße. Was passiert? Möchtest du uns nicht sagen, was passiert ist? Doch. Ja? Man wird es sehen. Naja, jetzt ist, glaube ich, dass mir das passiert, was... Was du, was ich dir letztens gesagt habe, wo... Was Mist war. Creeper? Ja! Im helllichten Tage war hier noch ein Creeper. Ah, ja, gut. Müssen wir da ein paar Tiere züchten. Ah, okay. Haben sie unsere Tiere nicht geschafft? Beide sind auch da. Jetzt ist er, jetzt ist er despawned. Der letzte. Der war noch einer draußen, jetzt ist er despawned. Na gut, hat er seinen Job erfüllt. Ja. Hat uns Nerven gekostet. Na gut, der war es ja nicht. Achso. Weil der ist ja ums Leben gekommen. Aua. Das ging abwärts. So. So, der große Baum ist gefällt. Sehr schön. Warte mal, jetzt kann ich das so machen und dann... Ah, nee, warte mal, das hast du mir anders erklärt. Ich muss da eine Fackel drunter setzen, glaube ich, ne? Geht aber nur bei Kies und Sand. Achso, hast du? Ja gut, aber das geht... Ja gut, okay. Du machst es. Ha, ja, hingekriegt. War ein bisschen knifflig, aber wir haben es nicht bekommen. Schön. Okay, weiter geht's. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen Fichtenholz. Das bringe ich dir. Und der Spinne ist auch hier, ne? Ist ja schön. Und ich hab kein Schwert. So, jetzt hab ich ein Schwert. Hallo Spinne. Ha. Und wir haben ein Fädchen bekommen. Da, 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 da. Ein Fädchen? Ein Fädchen. Guck, ich denk's abwärts. Da wollte er was. Ich wollte was essen. Aber wenn ich Melone esse, fühlt sich mein Herzen irgendwie überhaupt... Ach, ich muss immer erst vollen Magen haben, oder was? Du musst erst einen vollen Magen haben, damit sich deine Herzen auffrischen. Genau. Ah, jo. Okay. Verstehe. Ähm, was wollte ich jetzt? Ich wollte dir das da irgendwo hinlegen. Genau. Ähm, legen wir das erstmal hier mit rein. Fichtenholz. Und dann besorge ich dir noch ein bisschen mehr Fichtenholz. So, das noch. Also muss ich praktisch bei Fichtenholz hier rüben in den Nadelwald gehen, ne? Ja. Macht Sinn. Genau. Und dann könnten wir ja später mal hier so noch irgendwie eine Brücke hinbauen. Und irgendwie vielleicht auch so noch einen Weg nach unten. Mit einer Treppe vielleicht. Ja. Wir können vieles bauen und machen und tun, dass uns die Wege erleichtert werden. Jo. Klingt nach einer Planung. Dipp, dirip, dirip. So, auf in die Fichtenwald. Was ist da? Oh, der Bungie, die Fichte wegknallt. Was ist das? Ist das ein Pferd? Ist das ein Pony? Oder ein Unicorn? Ich weiß nicht, was siehst du denn? Ist das ein Skelettpferd vielleicht? Nee. Was ist das? Ein Hund? Ah, ein Hund. Ein Hund ist das so. Ein Wolf wahrscheinlich, ne? Ein Wolf. Ja gut, kann auch ein Wolf sein. Ja, wenn du dem Wolf Knochen gibst, wird es zu einem Hund. Aha. Ein gezähmter Wolf ist ein Hund. Greift der Wolf mich an? Nee. Es sei denn, du trittst ihn aggressiv gegenüber. Dann ja. Aha. Gut. Nein. Ich bin ganz nett. Ist ein netter der Bungie. Genau. Man kann die Kuh fragen von gestern. Hm. Sie hat geschmeckt. Nicht richtig. Aber sowas wollen. Hey komm, es gab ja mal ein richtig nettes Steak. Das war doch lecker. Auch wenn es nicht ganz das Ziel war. Ich weiß. Aber das war lecker. So. Ach, verdammt. Muss man es doch mal nach oben bauen. Und wieder abwärts. Mist, ich muss unbedingt was essen. Ich bin es immer gewohnt, dass ich mich einfach überall runterschmeißen kann. Irgendwann ist das halt. Ja, irgendwann rächt sich das. Irgendwann rechts zieht das. Halt. So. Noch ein paar mehr Bäumchen abmachen. Ja. Mir fällt auf, aufhört kam da gar nicht so schön die entspannte Musik von Minecraft. Irgendwie auch sehr zufällig anscheinend. Das ist richtig, ja. Oder es ist irgendwie vielleicht auch ereignisgebunden? Ja, doch könnte ereignisgebunden sein. Bin mir da nicht ganz sicher. Hallo? Da brauchst du meine Hilfe. Dann muss der Espy mal ganz kurz dafür sorgen, dass er euch weiter unterhält. Ich bin, ähm... Wie meint das am bescheidensten? Am besten auf den Baum klettern. Klettern wir einfach auf einen Baum. So, dann bin ich jetzt euer Unterhalter, euer Entertainer. Und ja, was gibt's zu erzählen? Der Punky ist gerade AFK. Und ich unterhalte euch jetzt. Und wie ich das mache? Indem ich euch Punkys Sicht zeige. Was natürlich ungünstig ist, weil die Sicht von Punky bewegt sich gerade nicht. Hm. Aber... Wenn der Punky zurückkommt von seinem Baum-Abenteuer, ist das Dach... Gut, Kontrollen, wie lange er jetzt weg ist. Vielleicht so... So gut wie fertig. Und das... Ist ja schon... Nicht verkehrt, ne? Ja, wie gesagt. Ich hoffe, ich langweile euch jetzt nicht, weil ich bin hier gerade konzentriert am bauen, basteln und... Bauen, basteln? Basteln, bauen? Ähm... Mache ich jetzt hier gerade... Den... Keller... Fürs Netop-Portal. Wieder da! Aua! Willkommen zurück. Hast du schon... Was ist das? Ein Busch? Busch, ja. Es gibt Büsche, die ich stacheln. Können wir ja mal mitnehmen. Vielleicht bringt's ja was. Ja, ich bin wieder da. Ich hoffe, der Esper hat euch gut unterhalten in der Zeit. Ich werd's ja... Ich werd's ja als allererstes erfahren. Wenn's dann wieder darum geht, die Folge zu bearbeiten. Beziehungsweise groß bearbeiten ist ja nicht. Ah, wir arbeiten gerade. Gelacht wurde dann später. Danke. Ja, wir arbeiten ja schon. Ich geh ja schon schlafen gleich. Ich hab auch was mitgebracht. Ich war fleißig. Das ist schön. Ja. Ich höre auch Geräusche. Aber die werd ich gekonnt ignorieren. Guten Tag. Guten Tag. Ah, Creeper. Mach das Brett zu. So, okay. Mare, das Brett zu. Wir hatten nichts verloren. Was haben wir denn noch? Das haben wir jetzt erledigt. Jetzt haben wir noch ein paar Fädchen. Na dann. Lass uns nächtigen. Ja. Wobei, wahrscheinlich ist das nicht jemand, weil er nicht klar ist, oder? Okay, doch. Mhm. Sollte gehen. Na dann. Von der Mitte ist schon wieder. Tag. Tag. Ja. Tag. Heute geht's. So. Hier hast du Materialien. Reichen denn 64 plus 46 aus? Ja, ja. Das reicht. Dicke. Kommst du damit hin? Ja. Ja, da komm ich zwei, drei Minuten hin mit. Ja, glaub ich auch. Oh. Drei Creeper. Okay. Gut. Gut. Ähm. Ja. Drei Creeper. Die sollten wir auf jeden Fall mal woanders hin bewegen. Da kommt der Spinne. Geweck. Geweck. Komm hierher. Oh, du hast ja Bogen. Können die sich auch selber in die Luft schießen? Nöp. So. Und jetzt einfach. Alter, wieso explodieren denn die immer so schnell mittlerweile? Ey, das ist ja Wahnsinn. Jetzt einfach mach ich da wieder Erde rein. Okay. Busch dich. Riechen. Brauchst du nicht. Wie? Ich hab Erde dabei. Ja gut, aber ich hab ja noch die andere Baustelle. Wo du mich ja auch entsprechend darauf hingewiesen hast, du hast ja auch da vollkommen recht, dass, ähm, zwar es hier nicht um die Statik geht, aber wenn so ein Creeper mal explodiert, und dann alles da runterfällt, wäre ja auch nicht so schön. Deswegen kümmern wir uns da rum. So. Ach so, wo sollen wir mit der ganzen Erde hin? Ja, genau. Genau, genau, genau. Das stimmt auch wieder. Wo sollen wir mit der ganzen Erde hin? So. So. Ein da. So. Ein da. ist das. Und das ist mal so, da können wir das mal fertig mahlen, und dann kann man es immer noch vergrößern, wenn wir das wollen. was ich ja eigentlich noch gar nicht gemacht habe, und ich glaube, das ist aber auch gar nicht so verkehrt. Ähm, wenn ihr jetzt mal, äh, einen performanten Minecraft-Server sucht, ja, und da wirklich mal auch so den richtig ausreizen wollt, habe ich da mal einen passenden Link für euch in der Videobeschreibung. Schaut da mal auf jeden Fall rein. Ähm, den Dienst nutze ich selber, und, ähm, bin auch mittlerweile fest im Team integriert. Und, ähm, soll jetzt also keine Werbung in dem Fall sein, sondern einfach nur der Hinweis, wenn ihr wirklich mal einen eigenen Server sucht, äh, nicht vielleicht nur für Minecraft, sondern auch für alle anderen Sachen, dann, äh, ja, schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. So. Jetzt geht's hier weiter. Ich sag's mal so, es wird ja erst richtig interessant, wenn man einen gemodellten Server hat, ne, dann, 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 dann kommt's ja drauf an, auf die Stabilität, beziehungsweise auf, äh, die einen Arbeitsspeicher, und auf die CPU. Aber auch das ist kein Problem. So. Zack, zack, zack. Vor allem das Beste eigentlich an der ganzen Geschichte ist, ähm, wir machen das nicht mit den Slotzahlen, sondern ihr kriegt die Leistung, die ihr haben wollt, und dann zumindest garantieren wir eine gewisse Slotzahl, dass es performant läuft. Alles andere müsst ihr dann wirklich selber ausprobieren. Und wenn ihr merkt, okay, da klemmts mal, dann natürlich hilft auch einfach mal, äh, kurzes Ticket öffnen. Dann kann man natürlich auch was tun. So, Espy, was machst du grade? Ich hab' das Feld geerntet. Ah, das ist aber schön. Wir haben immer noch einen Creeper in, 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 in der Haus, in der Hood, oder? Wo denn? Äh, bei unseren Tätchen. Ja, lass den. Ich darf nicht rausgehen, muss man auch aufpassen. Muss ich auch aufpassen. Ich wichtige mal noch ein bisschen Erde mit. Ein Bad. Du, 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 du. Ähm, verdammt! wir müssen sogar noch weiter ach du ahnst es ja nicht wir müssen ja noch weiter nein so gut ich dir mal sagen was ich mich freue hatten wir ja auch schon mal gespielt warte sehnsüchtig auf die version 10 also 0.10 und dank könnt also dann würde ich aber auch wiederum anders machen dann würde ich sagen wirklich dann auch so wie wir sie hier machen schön zusammen und definitiv aber theoretisch wenn dann wirklich boote da sind also wenn das wirklich so sein soll dann möchte ich doch noch mal eine große welt machen weil wir eine große machen oder halt vielleicht ja gut am anfang mal eine kleine machen hast du auch wieder recht hast du auch wieder recht so so das haben wir auch dann gibt es hier weiter jetzt kommt er hoch ich konnte gerade nicht so richtig da hoch hüpfen habe daneben bin daneben gehüpft alles nur damit wir nahrung bekommen gut, die Faltprofis unter euch werden jetzt sagen das braucht ihr doch gar nicht, geht doch viel schneller aber ja, wir wollen es ja auch so ein bisschen entspannt spielen wir haben zwar ein festes Ziel aber so ein bisschen Entspannung, die darf ja auch dabei sein und ich glaube, wenn es jetzt gerade so leise ist, wie es jetzt gerade ist dann habe ich es sicherlich schon noch mit ein bisschen Musik untermalt keine Sorge, ich werde da jetzt nicht auf Musik zurückgreifen, die man so kennt sondern da gucken wir mal, dass wir was anderes finden einfach so gechillte Musik, so ruhige Musik, so am Wasser, so am Strand vielleicht Möwengesänge keine Ahnung, vielleicht, vielleicht doch nicht was ist denn hier los? Möwengesänge ja und du hast ein Problem wieso? das erinnert mich irgendwie, wie heißt die gab es denn nicht mal einen Film? findet Nemo oder sowas? wo Möwen auch ja 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 aber kennst du nicht kennst du nicht die Musik oder so eine Musik, die einfach nur entspannen soll? doch, das kenne ich, ja Meeresrauschen, Gedöns und sowas, okay das ist vielleicht ein bisschen viel des Guten, aber das erinnert mich an Sachen über die würde ich gar nicht nachdenken okay ich habe gerade was im Kopf das muss ich wieder rauskriegen danke aber ich würde einfach sagen, dass gerade so jetzt hier so also ich sonst so üblicherweise mal verwende NCS-Sounds das würde dem jetzt hier schaden das wäre mir zu zu Radau mäßig unterwegs, glaube ich man muss auch dazu sagen YouTube hat mittlerweile auch eine echt coole Audio-Bibliothek bekommen und sie ist auch mittlerweile vernünftig bedienbar also da kann man schon einiges finden ist ja leider immer so das Problem mit den Rechten aber das ist eben da kein Problem, weil es einfach auch entsprechend schon richtig gelistet ist man kann erkennen, ob man jetzt da das Ganze benennen muss oh, es wird dunkel wir sollten gehen ähm, ja also ob man es richtig ne, also ob man die Musik benennen muss den Titel oder ob man ihn ohne Namensnennung einfach verwenden darf das ist halt alles raus zu entnehmen deswegen äh, okay ähm ähm ja das war eine etwas längere Folge ich meine, wir hatten ja auch Spaß ne, so ist es ja nicht deswegen ich sag mal tschüss bis dann ach so ja tschau tschau